Handball hat alles, was es braucht. Das ist Action, das ist Spannung, das ist Emotionen und ein Teamsport. Handball macht für mich aus das Teamgefüge. Ja, gemeinsam alles rauszuhauen und mit der Mannschaft zusammen auf der Platte für das gleiche Ziel zu kämpfen. Das macht uns als Kader, glaube ich, auch aus, dass wir arrivierte Spieler haben, die aber Lust haben, junge Spieler anzuleiten. Und junge Spieler haben Lust, von älteren Spielern zu lernen. Was mir so ein bisschen mehr zählt, ist die Anschlussförderung, dass die auf fruchtbaren Boden fällt, weil die Strukturen sehr professionell sind, auch hinter dem Team und um das Team herum. Es reizt mich, hier in Hamburg-Barnbeck höherklassig zu spielen. Wir haben die Qualität im Team und es ist eine exzellente Teamkameradschaft da. Das gab es hier in Barmig so auch noch nicht, dass wir so eine gute Mannschaft, so eine gute Mannschaft-Kern hatten, dass jeder für jeden hier in der Mannschaft kämpft und wir auch außerhalb vom Spielfeld uns alle gut verstehen. Wir möchten gerne langfristig in der Liga spielen. Wir wollen neue Wege gehen, wir wollen Stimmung in der Halle haben und da müssen wir die Zuschauer natürlich mitnehmen. Wer Lust hat, junge Talente in Action zu sehen, dann seid ihr herzlich willkommen, uns auf diesem Weg zu begleiten.